Konami. Konami Computer Entertainment Tokyo. Einige Teile dieses Spiels könnten als gewalttätig oder grausam betrachtet werden. Ja, hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Let's Play Silent Hill 4 The Room. Ein Horror Survival Spiel wieder von Konami. Es ist erschienen im Jahr 2004 für die Playstation, Xbox und den PC. Wir spielen hier auf dem PC jedoch mit einem Gamepad. Ich habe den Xbox-Pad hier in der USB-Version. Wir gucken, wie ich mich damit anstelle. Ja, ich hoffe, ihr bleibt am Ball. Es ist eigentlich ein sehr, sehr gutes Spiel. Hat aber halt auch seine Schwächen. Ist dann dafür auch wieder ganz anders als die anderen Teile der Serie. Also schon ähnlich, aber halt ein anderer Style. Ja, genug gebabbelt. Wir starten einfach mal ein Spiel, würde ich sagen. Vor zwei Jahren zog Henry Townshed in Apartment 302 in South Ashfield Heights ein. Ein Wohnblock in Ashfield. Einer Stadt mittlerer Größe. Henry war zufrieden und genoss sein neues Leben. Aber vor fünf Tagen passierte etwas seltsames. Jede Nacht schlicht sich derselbe Traum in Hermes Schlaf. Und noch etwas. Er konnte Apartment 302 nicht verlassen. Ja, also Henry ist der Name unseres Charakters. Ich wollte schon Helden sagen, wenn man in Silent Teil spielen ist, ist man ja nicht wirklich der Held. Ja, ne? Jetzt sind wir also hier in unserem braunen Zimmer. Oh, und wir hören auch schon Schreie aus dem Schrank. Ne, da kam nichts. Ja, sieht schon alles ziemlich vermodert und ekelhaft aus hier. Was ist denn hier los? Da ist ein Bild. Was ist hier passiert? Überall sind Blut und Rost. Das ist mein Zimmer. Aber was zum Teufel ist hier passiert? Ja, man weiß es nicht. Da links oben dieses Auge. Das sagt mir übrigens, dass hier was Interessantes. zu sehen ist und ich das anklicken kann. Hier zum Beispiel auch wieder. Dieses Zimmer. Ist das wirklich mein Zimmer? Ich weiß es nicht, Henry. Ich war noch nie bei dir. Heute das erste Mal. So, wir gehen mal hier durch. Oh, hier sieht es natürlich auch gruselig aus. Da kann man lassen. Ein Gesicht in der Wand. Oh man, da ist ein Gesicht. So. Da ist noch ein Gesicht. Boah. Wir haben ja auch alles blutverschmiert und dreckig und nicht aufgeräumt. Was ist das denn? Da haben wir nichts. Hier können wir nochmal was angucken. Es sieht furchtbar aus. Die Luft ist so schwer. Mein Kopf schmerzt. Was ist das für ein Foto? Es ist verblasst und ich kann es nicht gut sehen. Ja, das kann man wirklich nicht so gut sehen. Egal, wo hat hier das Gesicht. Ja, das ist also unser Zimmer. Der Fernseher läuft. Da haben wir noch eine Uhr. Die Uhr bleiben ja immer stehen. Kennen wir ja. Was haben wir da? Sechs nach zehn. Okay. Das Radio läuft glaube ich auch. Ich weiß nicht mal, was das ist. Hallo. Ein Radio. Alex sag ich schon. Henry. Das ist ein Radio. Gruselig. Sieht aus wie ein Gesicht. Ah, das hatten wir schon. Blitzmerker. Ja, dann passiert jetzt wohl was. Ah, wir blicken uns noch einmal um in unserem versauten Zimmer. Ah, da wächst der Dreck schon aus den Wänden. Wie. Es wird immer mehr. Ah, wie das aussieht, ne. Das. Henry guckt ganz entspannt. Jetzt läuft schon Blut durch die Wand. Und. Als wäre das nicht genug. Alter Schwäne. Kommt da so ein fieser Zombie rausgekrochen. Total verschleimt. Der ist voll spastisch. Und jetzt hat er uns. Na super. Ja. Haben wir wohl nur schlecht geträumt. Und. Das ist dann unser Apartment. Wenn wir dann mal nicht schlafen. Ist zwar immer noch recht dunkel. Aber zumindest sieht es normal aus. Typisch bei Junggesellen. Auch die Fenster nicht geputzt. Kann man gar nichts sehen da draußen. Ein kleiner SM-Freak da. Die Tür total verkettet und zugemacht. Ja. Die Musik ist natürlich auch immer der Knaller bei Silent Hill. Aber halt auch der Knackpunkt. Ich glaube wenn man da nicht genug dazwischen Quatsch. Dann. Sperren die dann gern mal das Video. Wie bei meinem angespielt. Part 5. Ja. Jetzt sehen wir also mal Henry. noch etwas verschwommen. Ja. Schon so ein sunny boy. Oh mein Gott. 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 Das ist dann also unser Schlafzimmer. Wenn es dann mal normal ausschaut. Ja. Können wir hier noch mal ein bisschen rum gucken. Oh. Oder das Telefon anschauen. Eigentlich keine schlechte Idee. Mal jemand anrufen. 5 5 5 2 1 9 5. Tja. Es funktioniert immer noch nicht. Schade eigentlich. Wie er drauf guckt. Ist doch gut. Ok. Jetzt klingelt es. Das ist ja dann doch etwas merkwürdig. Hallo? Hilf mir. Was? Jawohl. Ja wie ihr seht. Die Leitung ist durchgeschnitten. Wie Henry gerade festgestellt hat. Und trotzdem ruft er eine Stimme um Hilfe. Ich weiß noch nicht wie wir dem auf den Grund gehen sollen. Aber nix. Das ist nur ein Schnappschuss, den ich im Zentrum von Silent Hill gemacht habe. Es ist eine schöne Touristenstadt, die etwa einen halben Tag entfernt ist. Alles klar. Alles klar. Das ist dann schon so eine Verbindung zu Silent Hill. Henry war schon mal da. Sehr interessant. So. Ja. Das ist dann unser Apartment. Wenn es denn mal normal aussieht. Sehr schön. Interessiert mich jetzt mal. Jetzt können wir die Bilder erkennen. Das ist ein Foto von mir als Kind. Und dann bei meinem Highschool Abschluss. Ja. War ja dann hochinteressant. So. Das sind die Speicherpunkte. Da unten habe ich noch den Speicherpunkt von meinem Angespielt. Das werde ich wohl nicht mehr weiterspielen. Und wir speichern jetzt mal hier oben. Ich glaube ich lege da mal gleich mehrere an. Das ist ja nie verkehrt. Wenn einem das hier so schön geboten wird. Und eigentlich relativ flott geht. Machen wir gleich mal drei Stück. So. Und da entdecke ich doch schon mal einen Zettel. Aber Henry gufft lieber nach draußen. Und gufft da glaube ich so einer Tuss auf dem Arsch. Präsentiert sich da aber auch so ein bisschen. Ja. Ja. Strecken wir uns noch ein bisschen. Ja. Hm. Ach. Jetzt ist doch schon spät. Ich. Ach. Ja. Ja. Ich gehe jetzt mal in die U-Bahn. Besser ist es. Ja. Ich schlender mal so rein. Und. Henry guckt ganz verliebt hinterher. Naja. Das heißt wir wissen das gar nicht. Boah. Können uns hier noch ein bisschen umschauen. Da unten pennt einer. Hat sich gerade umgedreht. Der guckt ja uns an. Was macht denn der? Der guckt bestimmt Fernsehen. Da steht bestimmt ein Fernseher. Ach scheiße. Was macht ihr denn? Na ja ok. Wenn man mal nah rangeht und guckt. Dann sieht man dass die beide einfach nur am Fenster sitzen. Und auch hier rüber schauen. So. Oh. Die ja auch. Guck dir das an. Die steht am Fenster. Und ja. Die guckt hier hoch. Hallo. Hilfe. Seht ihr mich? Ich bin hier eingesperrt. Naja. Egal. Ach ja. Und dann. Denke ich werde ich jetzt auch mal den ersten Cut hier einfügen. Denn. Ich. Denke. Ich werde mein Format ändern. Und. In 10 Minuten Parts hier. Jetzt mal weiterspielen. Und das vielleicht dann regelmäßiger hochladen. Schauen wir einfach mal. Also. Dann. Bis zum nächsten Mal. 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 Mal.